Mein kleines Engelchen hat sich hingelegt, ne? Jetzt die Bettwäsche schön warm, ne? Ich bin noch nicht weit weg, äh, noch nicht weit gekommen mit dem Ein-Aus-Umräumen, ne? Ja, weil ich immer noch mal bei Facebook was schreibe, ne, ja, 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 ja. So, hm, kleine Mäuse, hm, ja, los, sie lohnen, ne? Ja, was, der Miau? Was, der Miau? So weit bin ich schon gekommen, ne? Püppi, du magst, Dagi kriegt Feuchtfutter, willst du Feuchtfutter haben? Ja, du hast da eine riesen Schüssel stehen, ne, Paulinchen? Deine Schüssel ist auch noch voll, ja. Ah, du willst von dem Fein super Ablass was drüber gestreut haben, ja, gut. Dafür haben wir es ja jetzt, ne? So. Ne? Fein. Ne, Paulinchen? Ah, ein freundliches Gesicht. Ja. Ah, können wir noch dran feilen. Ja, du kriegst gleich auch, ne? Dein Schädchen ist leer, ne? Ja, eure Schädchen sind noch voll. überhaupt nicht erde. Und dann ja. Leit 디cke.